ok und jetzt mit d c g kann man folgendes machen 1 1 2 1 2 und nochmal zuerst d 1 pause 2 mal c pause 2 mal g pause jetzt mache ich das alles zusammen so und ich mag es langsam so und nochmal ein bisschen schneller das kann man dann